Am Donnerstag nimmt SPÖ-Politiker Christian Kern Abschied vom Nationalrat. Der Altkanzler verlässt knapp nach einem Jahr mit einer außenpolitischen Rede das Haus. Christian Kern möchte sich offiziell auch von den 183 Abgeordneten des Hohen Hauses verabschieden. Er möchte jedem Respekt zollen, der sich in der Politik engagiere, aber auch vor der populistischen Gefahr warnen. Eine Ansprache gegen seinen Gegenspieler, Bundeskanzler Sebastian Kurz, sei nicht geplant. Wohl aber eine Mahnung, dass Österreich ein tolles Land sei, das noch viel verändert gehöre. Der Sozialstaat und die Errungenschaften der Sozialdemokratie dürfen nicht zerstört werden. Laut einem vertrauten Plane der Ex-SPÖ-Kanzler durchaus auch selbstkritische Worte und aufmundernde Sätze für seine Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner. Wie berichtet, möchte der Ex-ÖBB-Manager sich mit einer Technologiefirma selbstständig machen. Sein völliger Rückzug aus der Politik wird aber erst in einem Monat beim SPÖ-Parteitag am 24. November stattfinden. Beim Parteitag in Wels will der Ex-Regierungschef seiner Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner und der gesamten Partei Mut machen. Das sagen zumindest seine Wegbegleiter.